münchenheldzam.de. Das ist die Plattform der Landeshauptstadt München und dem städtischen Portal münchen.de. Da finden Sie die lokalen Angebote von Einzelhandel, Gastronomie, Kunst und Kultur. Welche Geschäfte haben wieder geöffnet? In welchen Restaurants kann man etwas zum Essen holen? Welche kulturellen Events werden online gestreamt? Wir vom offiziellen Stadtportal münchen.de haben alles zusammengestellt auf münchen.de. Die Plakate hängen ab heute an rund 3000 Stellen, entweder auf den Litfaßsäulen, den Kultursäulen oder auch den sogenannten Moskitos. Und was ganz wichtig ist und was auf dem Plakat leider nicht machbar ist, ist eben das hier. Bitte gehen Sie da drauf, dort bekommen Sie alle notwendigen Informationen. Für unsere Mitgliedsunternehmen in der Tourismusinitiative München ist die Plattform Münchenheldzam wirklich eine großartige Unterstützung. Vor allem in diesen schwierigen Zeiten, in denen der Tourismus in München quasi auf ein Minimalmaß reduziert wurde. Unterstützung vor allem, um eben Einnahmemöglichkeiten noch zu generieren über die eigene Tätigkeit, über die eigene Arbeit für alle Bereiche in der Tourismusinitiative München. Ob Einzelhandel, ob Gastronomie, vor allem aber auch für unsere vielen Mitgliedsunternehmen aus dem Kulturbereich, die gerade besonders leiden. Beispielsweise Unterstützung über Livestreams oder Videos on Demand. Lokale Angebote für Sie, die Münchnerinnen und Münchner. Unterstützen Sie sie, schauen Sie rein. Vielen Dank fürs Einschalten.